So, ich... Boah... Wenn es nur will, kann ich nicht. Dann muss das passieren, muss ich ja. Kann sein. Und da kann ich ja ähnlich hin. Boah... Na, das ist wieder ein Rätsel. Na, das ist... Oh Mann, ich will nicht mal unterspielen. Ja... Dankeschön für Level 41. Würde ich jetzt schon mal sagen. Danke für Level 41, oder? Da eben. Alter! Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Kann ich ja nicht... Kann ich ja nicht durch. Oh... Ich muss grad überlegen. Wie war das bei Dings? Wie war das bei Omega Rubin? Weil ich hab da... Oh... Omega Rubin hab ich ja auch. Und... Ich hab das ja schon durchgezockt, aber... Ich hab da... Sich an jedes einzelne Detail zu erinnern. Eieieiei... Muss ich... Muss grad mal gucken, bis gleich. Okay... Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Iiiich weiß, wo ich hin muss. Sag mal... wer zu blöd so püro berg mein freund ja wir müssen halt zum püro berg müssen die röhr der püro berg da muss man hier oben und wenn wir pech haben da will ich rein ich speichere ich mal ja 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 Bist du, um den verstorbenen Pokémon, deinen Respekt zu zollen? Nö. Du musst immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Ach, das ist bestimmt wie der Lavandiaturm hier. Auf den Pfaden zum Juraberg kreucht und fleucht alles Mögliche. Niemand kann sagen, was passieren wird. Dies ist für dich. Es wird dir helfen. Ein Schutzband. Schutz wirkt nicht mehr. Ich will mir noch mal was in die Mikrowellel knallen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe noch was in die Mikrowellel geschmissen, dass wir gleich Tingen machen. Nicht wundern. Hier ruht mein Lick-Zacks. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Ja. Ein Schuppet. Das Schuppet hat bestimmt sehr viele Schuppen. Oh, oh, oh. Dieser Flachwitz. Entschuldigung. Der Witz war sehr flach. Da kommt nur noch ein Schuppet. Nein. Aber wenn du Geist-Pokémon hier haben, ne? Dann will ich mal Pokémon noch wechseln. Ich will mal Brum eintauschen. Weil, ja. Hey! Suchst du nach ein... nach Po... Suchst du nach Pokémon? Suchst du nach Pokémon? Du bist mir hier hinterher gestrichen. Fiesling! Ich hole mir erst mal mein, ähm... Ich hole mir erst mal was zu essen aus meinen... Dings. Bis gleich. Riehorn? What? So, ich bin wieder da. Riehorn? Riehorn? Ganz ehrlich? Ernsthaft? Oh, mein Armer, Bro. Kann ich noch ein Biss von nehmen? Ah! Ah! Warm! Hm! Hey! Boah! Schmeckt aber auch gut. Ah, was war ich jetzt? Hm! Ah, Biss! Wow! Krass! Oh, er schreckt zurück. Super! Super! Unbesiegt! Jo, Bro, äh... Wo erreicht Level 30? Äh, 38. Super! Yay! Unbesiegt! Boah! Boah! Oh, mein, oh, mein, oh, mein! Wird mir leid. Entschuldigen, bitte. Boah! Irgendwo gerade andere Probleme. Mann, ich verbrenne mir die Fresse gerade an meinen Hotdog, weil ich das in die Mikrowelle gestopft habe. Und da quatscht mir doch die nächste an, das ist unfassbar. Dein Andick ist echt ungewöhnlich. Verschwinde, bevor dir irgendwas passiert. Das würde ich dir sagen, Alter. Hm. 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 Aber, wär echt ne Empfehlung. So, wenn ihr eine Mikrowelle habt, wenn ihr eine Mikrowelle habt, oder wenn eure Mutter eine Mikrowelle hat, dann sagt doch mal, ich will einfach mal einen Hotdog fressen. Einfach mal einen Hotdog essen, das schmeckt echt gut. Oh, den dauert nicht lange, bis das fertig ist. So. Bitte was? Ach so. Ja. Fail. Die Attacke vorher war ein Fail meinerseits. Oh. Oh. Cassie. Hm. Ausdauer hast du ja. Das weiß ich. Gib mir dein Geld. Oh, Alter. Das ist ja noch einer. Na gut, es geht. Moin. Oh, die Mucke ist geil. Ich bin außer mir vor Schreck. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh. Ach, der Beine zu. Das stinkt. Oh. Hariyama. Oh. Da ist. Oh. Ja. Muss ich wechseln gerade. Oh, wie der frische Luftall. Oh, Entschuldigung. Boah. Jetzt wechsel ich mal meinen Simsala ein. Jetzt seht ihr es auch. Simsala. Sicher, okay, Nase. habe ich noch das hat mein Kumpel ihm beigebracht ich weiß nicht wie das so läuft wenn man bei bei Kadapa konnte ich ihm das ja nicht beibringen das hat mein Kumpel ihm beigebracht also ich weiß nicht wie das geht warum nicht gleich aber ich finde Kadapa sehen auch so ein bisschen ganz gut also Kadapa sehen ganz gut aus von der vom Sprite her wie er so kämpft also Schwartgum Bernd oh nein nicht schon wieder oh mach die Beine zu nein ich habe meine Intelligenz verloren ja du hast wahrscheinlich auch oh du hast wahrscheinlich auch deine Hygiene zwischen den Beinen verloren oh bitte oh bitte geh mal auf sackwaschen.de oh sackwaschen.de alter das ist oh 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 da musst du mal rauf gehen ey oh das stinkt ey oh 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 endlich mal endlich mal durchatmen das ist ja unfassbar oh was haben wir eine Pokémon ja gut das ist noch einer ne oh 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 der Boden hat einigen Stellenlöcher ich habe das nicht gesehen und bin ins untere Stock weggefallen autsch au nee da gehen wir später erst runter moin live wir machen eine Mutprobe hehehe hehehe wenn ich zeige wie cool ich bin will sie sich sicher in mich verlieben was besser ich werde dich vernichtend schlagen dann bin ich echt cool ich sag da gar nichts zu ich ich sag da nichts zu dann seht ihr den eine Herausforderung von junges Glück Ina und live live is live na 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 live is live na na schuldigung wer das nicht kennt dann wird das abfeiern live is live na 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 live is was inekoro und voltenzos ah da kann ich nicht so singen zum na gut ich könnte singen nur ein bisschen live is live na 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 live is live na 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 live is live na 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 so Bro was machst du denn da jetzt ne äh ich möchte Trümmerer machen auf die Matthew kann äh Flammrad auf ihn machen bringt zwar nicht so viel aber na ja die Masse macht alter ist das so ich ford gar nicht heute ähm ich will nochmals zu essen die Mikrowelle knallen das wird ja eh nicht lang gedauern bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich